kommt hier nichts kommt hier Okay. Okay. Weiß nicht, wie weit ich hier vorfahren kann, um den anzugehen. Ist er wild, wenn er das macht. Kann er eigentlich nicht machen. Auch nicht getroffen. Spannende Musik. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh ey, könnt ihr mal bitte nicht durchkommen mit euren Achtertanks bei mir? Was ist das? 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 um geh raus es war richtig zu warten war mal wieder richtig zu warten ok die runde macht ne menge weg die runde macht ne menge fail wieder weg dnk mauser danke für deine zwei monate danke für deinen reset mauser ich soll noch früher anfangen meinst du damit das weiß ich nicht blind habe ich auch noch mal 1000 dabei glaube ich ungefähr zwei hits oder so ob ich habe den leo blind getroffen ja jetzt noch so eine runde bitte ross ist leider nicht hier recht jetzt Okay. Ich frage jetzt, wie ich noch Assists kriege. Ja, jetzt repariert. Okay. 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 Ich kann ihn bitte finishen, alter. Wenn ich das ganze AP verliere, weil diese IS-7 in der Lage ist, die zu finishen oder keine Ahnung, die IS-7 auch geschossen, ich wollte. Das ist wirklich unnötig, dass ich so viel AP verliere. Das ist wirklich unnötig, dass ich so viel AP verliere. Das ist wirklich unnötig, dass ich so viel AP verliere. Das ist wirklich unnötig, dass ich so viel AP verliere. Das ist wirklich unnötig, dass ich so viel AP verliere. Das ist wirklich unnötig, dass ich so viel AP verliere. Das ist wirklich unnötig, dass ich so viel AP verliere. Das ist wirklich unnötig, dass ich so viel AP verliere. Das ist wirklich unnötig, dass ich so viel AP verliere. Das ist wirklich unnötig, dass ich so viel AP verliere. Das ist wirklich unnötig, dass ich so viel AP verliere. Das ist wirklich unnötig, dass ich so viel AP verliere. Das ist wirklich unnötig, dass ich so viel AP verliere. Das ist wirklich unnötig, dass ich so viel AP verliere. Das ist wirklich unnötig, dass ich so viel AP verliere. Ich hab auch nichts blind oder so. 0,1 Weiß nicht, ob ich die Rails hätte crossen können, leicht Ist halt auch kein Assist, ne? Nervt der schon mal nicht außen? Wir müssen jetzt auf den Räumen runter entdecken, aber im Moment, nicht auf die Räumen, ich schaue die Räumen zurück. Was die Räumen r snappte? Das war's für heute. Das sind. Nice move, dude. Nice move, dude. Ja, das müsst ihr jetzt auch mal treffen. Ja, da raus. 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 Ja. 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 Ja, da raus. Ja, da raus. Ja, da raus. Ja, da raus. Ja. Ja. Ja, da raus. Ja, da raus. Ja. 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 So ist das, wieso ist die Zahl, wieso ist die Zahl nicht, ist die blau, wieso ist die nicht lila. Die 94,99, die hätte ich jetzt heute nicht mehr überlebt. Die wäre, die 94,99, die wäre, die wäre zu viel gewesen. Bitte, bitte. Was ist das Ding? Junge, was eine Session. 5-3-Schnitt, über 24 Games. Mittlere Erfahrung, 1460. Auf jeden Fall meine beste Session bisher. 1300 Gefechte, nein. 543. Ja, Critical, ich bin zu alt und zu schlecht, ne? Danke. Älteste 2793 Mark EU. So sieht es nämlich aus. Auf jeden Fall. Ich bin zu Selen. Die Tür. Ich bin zu sehr, sehr. Ich bin zu selen. Ich bin zu selen. Vielen Dank.